hallo herzlich willkommen bei reddog campbell wir spielen wieder die jagd nach den tickets schauen wir mal welche spielte trans das spiel schon wieder gut ich hatte das letzte mal ein bisschen weiter gespielt gehabt ja ansonsten war das spiel an sich sich jetzt nicht so gut ziemlich langweilig aber man ist immer bei sachen zu klicken anzuklicken hey warum geht das nicht mehr warum ist meiner weg ok keine ahnung warum aber scheint mal weg zu sein dann nehmen wir jetzt mal den krieger schauen uns das machen wir es mit krieger aussieht so quest gefunden anlegen bestätigen nächste quest später gibt es ja hier so ein automatik button der macht das dann alles automatisch ist aber ein bisschen doof dass man einen spielstand nicht weiter laden kann ich weiß auch nicht was ich falsch gemacht hatte vielleicht hätte ich quick game anklicken müssen aber quick game heißt ja normal schnell spiel und beim schnellen spiel kann meistens wieder sich nicht anwählen oder speichern vielleicht ist ja bei den spielern umgekehrt ich mal drücken müssen wir na egal so wo und da boss wird ja 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 mein begleiter so nach 20 minuten war ich ja auf platz oder hatte ich das level 122 mal schauen wie schnell ich mit dem vorwärts kommen bislang ist auch level 14 ich habe das gefühl dass es mit dem agier schneller gegen als mit den krieger aber ich habe das ich habe das den 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 der hat ich Also bei dem Spiel ist man eigentlich nur am Ausrüsten, Ausrüstung verbessern und Pad verbessern. Später ist hier die ganze Leiste links, alles voll. Hier kannst du ein Team wählen, wenn du in einer Party spielen willst. Hier drauf drücken und hast du dann noch später vier Button waren das, glaube ich. Da kommt noch eine ganze Menge dazu. Ich hatte gestern bis 217, glaube ich, gespielt gehabt. Das ist hier ein bisschen doof, dass jetzt weg ist das Spiel oder mein Stand. Ich brauche hier manchmal einen kleinen Mauszeiger, brauche ich mal lieber hier in schwarz rein. Da oben, ach, erstmal hier die Quest. Dass das schneller weitergeht. Jetzt kommt wieder der Boss. Ah, der Boss. Na gut. Level 30, okay. Ich bin zwar erst Level 28, aber das sagt ja immer, wenn du gegen den antreten kannst. Okay. 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 Vielen Dank. Meine Flügel. Ich kriege meine Flügel. Ah ne. Da ist noch das Maut. Das muss ich hier. Das grüne Zeug sammeln. Zehn Stück. Dann kriege ich meine Flügel. Ich kriege meine Flügel. Ich kriege meine Flügel. Ich kriege meine Flügel. Da leuchtet noch was. Connect. Connect. Den schnell aufleveln. Und weiter geht's. Oh, das war's. Gut. Wenn man nicht so aufhören möchte, einfach mit kämpfen. Ich kann auch schnell die Quest fertig machen. So bringt das nichts. Weil das sowieso gleich wieder weg bestimmt. Und wie gestern auch. So. Dann kann ich hier so weglaufen. Ah. Komm hier. Ah. Erstmal. Auto kann wegmachen. Ah gut. Den machen wir doch nochmal. Der letzte Boss. Aber wieso der 46. Also ich denke die Magiere macht mehr Schaden. Weil der geht's ein bisschen schneller. So. Ich stelle den mal hier hin. Und sage. Das war das Spiel für heute. Setting. Musik. Gut. Dann Exit. Plus Text. Ticket ab. Einlösen. Und ich habe jetzt alle sieben Tickets die Chance auf alle Geschenke. Mal schauen. Ob das was wird. Am letzten Platz ja nicht geklappt. Also. Danke fürs Zuschauen. Und viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.